Auch in unserer Gesellschaft haben nicht alle Kinder das Privileg, liebevoll umsorgt und sicher aufzuwachsen. Manchmal ist es nötig, dass Kinder vorübergehend oder dauerhaft in anderen Familien leben. Als Pflegeeltern können sie solchen Kindern Halt geben, ihnen eine Zukunft ermöglichen. Sophies leibliche Eltern waren mit ihrer Erziehung überfordert. Im Auftrag der Behörden setzt sich Family Network nun dafür ein, dass Sophie bei einer Pflegefamilie ein neues Daheim findet. Markus und Anita möchten Kindern in Not ein Zuhause anbieten. Sie haben sich bei Family Network als Pflegefamilie zur Verfügung gestellt und wurden für die Herausforderung vorbereitet. Sophie soll sich bei uns wohl und sicher fühlen. Wir können ihr Halt und Zuversicht geben. Oftmals haben Pflegekinder durch ihren ursprünglichen familiären Hintergrund einen schweren Rucksack zu tragen. Es macht sich ab und zu bemerkbar, dass Sophie besondere Bedürfnisse hat. Aus diesem Grund erhalten Markus und Anita von Family Network fachliche Unterstützung. Nun kann Sophie unbeschwert Kind sein, sich entfalten und entwickeln in einem vertrauensvollen und aufmerksamen Umfeld. Family Network fördert gleichzeitig das Verhältnis von Sophie zu den leiblichen Eltern. Sie soll ihre ursprünglichen Wurzeln kennen und nach Möglichkeit eine Beziehung zu ihren Eltern behalten. Möchten auch Sie als Pflegeeltern Kindern in Not neuen Halt und Zuversicht geben? Und denken Sie, dass Sie diese Herausforderung begleitet von unseren Fachleuten angehen wollen? Wir freuen uns auf Ihren Kontakt und ein gemeinsames Gespräch. Willkommen bei Family Network. Willkommen bei Family Network.